Musik Musik Ein Stell-Dich-Ein der steirischen DJ-Szene fand am 12.06. in Graz in den neuen Räumlichkeiten der DJ-Academy statt. Grund dafür war die Neuübernahme der DJ-Academy von Florian Schwarz und die Einweihung der neuen Kursräume, die mit Top-Equipment bestückt für DJ-Anwärter eine perfekte Location zum Erlernen des Mixens und des Scratchens bieten. Das Konzept der DJ-Academy gibt es mittlerweile schon seit drei Jahren. Mittlerweile bin ich da ein eigener Inhaber der DJ-Academy und mit der Neuübernahme haben wir uns neue Räumlichkeiten angemietet. Wir können mittlerweile auf drei Räumen gleichzeitig Schulungen anbieten mit modernstem Equipment und mit über zehn Jahren Praxiserfahrung von unseren Lehrern. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken, dass Sie alle gekommen sind, so zahlreich. Wie gesagt, das Buffet hat man mittlerweile schon eröffnet. Oh! Wir begrüßen unseren Ehrengast, Ed. Herr Rath. Herzlich willkommen! Danke fürs Kommen! Musik Musik Wir haben die Canon Flow von der gemeinsamen Arbeit im Nightflat. Und wir haben da eine Zeit gemeinsam aufgelegt. Und er hat da von der Lichttechniker die Sache gemacht eben. Und ich glaube, da hat er schon viel Erfahrung sammeln können in der Zeit und er ist da sehr für das bestens geeignet. Also das war im Prinzip vom Anfang von der Musikrichtung bis zu den Beats vom Mixen das Plattenhandling am Anfang ist es schon langsam gesteigert worden und ja, bis zur Vollendung im Prinzip. Musik 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 Also ich finde das, was der Flo da aufgesagen hat, weil es ein super Konzept, dass jungen Menschen und Musikfreaks die Möglichkeit geboten wird, hier einen DJ-Kurs zu absolvieren, wo mancher vielleicht viel Geld investieren muss, um sich ein Equipment zu kaufen und hier schon extrem hohe Professionalität geboten wird. Wir haben auch das neueste Equipment gehabt, wir haben Bionier, CD-Player gehabt, wir haben die normalen Technik-Mkarte 1210er gehabt, wie es in jedem Club und einer großen Diskothek eigentlich übrig ist. Wir bieten nur eine limitierte Anzahl an Kursen an, damit wir den Qualitätsstandard relativ hoch halten können. Angeschlossen an der DJ Academy ist eine DJ-Agentur und eine Künstlervermittlung. Bei der Künstlervermittlung steht ein breites Band an Künstlern zur Verfügung. Also wir arbeiten als Partnerfirma mit der DJ Academy, das heißt fertige DJs können bei uns im Tonstudio produzieren und falls sie auch notwendige Unterstützung durch einen Sänger brauchen, haben wir als professionelle Sängerin Sabina Körke. mit der Künstlervermittlung. Mit der Künstlervermittlung. Mit der Künstlervermittlung. Untertitelung des ZDF, 2020